Die Schirme werden bald schon wieder eingespannt zusammen, einfach um sicher zu gehen und weil es eben nicht klar war, wie sich der Regen jetzt weiterentwickelt, aber da es jetzt übertrefft. Die Flugkurve wieder im Absteigen begriffen war, als sie zur Latte kam. Du sagst sehr dicht, sie war eigentlich doch relativ weit weg von der Latte und ist eigentlich fast noch einmal ein bisschen draufgefallen auf die Latte. Sie hat eher schnell anläuft, doch ein bisschen Platz. Sie haben noch die Chance im Wettbewerb zu verbleiben. Und das könnte der eine oder andere hier im ersten Durchgang so gehen. In den technischen Disziplinen im Märk nur von oben setzen. Und wenn man nicht von oben setzt, dann fehlt der Druck beim Absprung. 5,45 Meter. 5,50 Meter im ersten Versuch hier. 5,14 Meter. 3,15 Meter. 6,15 Meter.